Ja, wer machte Begrüßung? Subzerv. Ich schreibe hier auch kurz um die Gedeihe. Ja, also wir fangen nochmal komplett neu an. Ich habe mal einen besonderen Server. Wir haben einen Server mit Spielprofil Madness. Es gibt Überraschungen, es kann alles mögliche passieren. Hast du das Madness eingestellt? Ich habe Madness eingestellt. Aha. Es kann alles mögliche passieren. Okay. Ich bin trotzdem wieder Mr. Webber. Ja? Ja. Gut. Und ähm, ich denke wir können starten. Jonas, bist du schon drin? Hallo? Zack, los. Jonas ist... naja gut. So, hallo. Hallo, guten Tag. Du warst schon fröhlich am Farmen gerade. Wir sind direkt am Sumpf. Hey. Nicht im Ernst. Doch. Doch. Oh, jetzt wir sind auch bei Kanin. Oh, jetzt wir sind auch bei Kanin. Swamp. Hast du viele Steine eingestellt? Ja. Achso, viele Feuersteine meine ich. Feuersteine habe ich mehr eingestellt, ja. Nicht normal, sondern mehr. Erhöht. Okay. Hier liegt ein Katzenschwanz. Oh. Ja, mitnehmen. Ja, jetzt habe ich instant direkt Hälfte des Lebens. Was? Da war ein Tentakel daneben, der mir sowas von auf die Fresse gegeben hat gerade. Wegen dem bin ich gestorben. Letztes Mal. Ha. Oh Mann. Traumhaft. Ach, Mist. Hier liegen zu wenig Steine rum. Ich kann mir keine Axt oder sowas bauen. Ist jetzt nicht so gut. Oh, so eine Katze. Nein, das ist ein Waschbär. Das ist definitiv eine Katze. Das hat gerade einen Kaninischen getötet. Und es fängt auch eine Katze... Fängt auch... Ihr hättet mal sehen sollen, wie das jetzt aussah. Vögel. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Ja. Hat sich schon jemand irgendwas bauen können? Ich baue mir gerade eine Axt. Scheiße. Ich finde halt diese Steine nicht. Ah, hier. So. Axt. Oh. Wow. Hihi. Ich habe übrigens jetzt auch... Es ist verhäuft Schilf vorhanden. Schülf. Schülf? Mhm. Ich habe jetzt auch schon einmal Schilf bekommen. Schülf. Ah, also diese grünen Schweine, die leben im Sumpf. Die grünen Schweine. Ja. Das ist aber eine politische Statement. Ja. Das ist ganz schön gefährlich. Absolut. Da ist eine Katze. Ne, das ist aber ein Waschbär da hinten, ne? Ja, das sind alles... Das sind aber vom Benehmen her von... Wie gesagt, in ihr Haus ist ein Baumschlumpf mit einem Wollknäuel dran. Und wenn die jagen sich das halt aus und eine Katze, die auf irgendwas drauf guckt, das ist richtig, richtig schön gemacht. Oh. Das ist aber wirklich eine Katze. Das ist nämlich, die verliert auch den Cat-Tail. Ich habe es hier gerade live gesehen, wie der Tentakel sie zerschlagen hat. Scheiße. Das würde bloß ich Fleischstück haben. Und weg. Ah! Scheiß Tentakel. Scheiße, der Sumpf ist ganz schön beschissen. Äh. Wow. Oh ne, hier ist auch noch Kartenende. Geil. Oh, geschnitten Gras. Okay. Jetzt habe ich geschnitten Gras bekommen. Wieso denn das? Ganz normales Gras weggenommen. Seltsam. Oh. Wo seid ihr eigentlich hin? Ich brauche die ganze Zeit. Ich brauche die ganze Zeit. Ich brauche die ganze Zeit. Okay, da komme ich jetzt gleich mal hin. Ah, hier bist du. Hallo. Hallo. So, ich brauche Holz. Ich und mein Holz. Hm. Ich muss auch die ganze Zeit dran denken. Aber ist lustig, ich habe das letztes Auto zum ersten Mal gehört nach Köln. Hä? Ich und mein Holz Zeug. Echt? Ja, ich kenne das nicht von der weg. Boah. Du bist dermaßen bescheuert. Ich glaube es geht in dem Lied um Holz. Tja. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Best friends. Ah, ich komme gar nicht rein. HDDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Holz sein will. So. Erbauen wir wieder unsere Lager am Portal? Erstmal? Ja. Das wäre ganz sinnvoll. Achso, falls wir wieder so drauf gehen. Falls wieder, weil wir so übelst drauf gehen. Falls wieder something happened. Da ist das Lager nicht so weit weg. Gut, ich brauche noch ein bisschen mehr Stein, sehe ich gerade. Ich kann schon eine Wissenschaftsmaschine bauen. Okay. Na dann? Ich brauche noch ein bisschen Stein. Und wenn jemand eine Lager voll bauen möchte, kann, dann kann man das durchaus machen. Wo wollen wir das Lager hinbauen hier? Auf das Helle, ne? Hier unten, würde ich sagen. Äh, ja. Sind da schön viele Kaninchen und Kaninchenbauten? Ja, sind sie. Was? Dass wir dazwischen irgendwie das so? Na mein, hab ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja. Wieso? Achso. Na ja, gut dann. Na, ok. Dann bauen wir es eben hier hin, so. Dann bauen wir eben es hier rund ums Lager. So. So, Wissenschaftsmaschine. Wo kann ich nicht hinbauen? Achso, gelb, ja. Zack. So. War schon mal ein Kaninchenfall. Le? So, ich hab Schilf. Braucht jemand Schilf? Ne, grad nicht. Mh, Monsterfleisch. Zack. So. Oh, ne Katze. Hat sie, hat sie grad einen Zapfen geholt? Miau. Miau. Aber es ist, es steht halt so, es hat sich grad gestreckt, so. Ja, ja, ja. Spannend sind wir. Kannst du mir mal den Schilf geben, bitte? Oh, verdammt. Oh, ne. Schnell. It's so dark. Ich will nicht schon wieder sterben. Oh, das ist gut. Oh, alter. Oh nein. Kannst du mir mal das Schilf geben? Ja. Okay? Wow. Alles klar. Was denn? Das ist bissl Schilf. Gefällt mir. Was baust du mir jetzt? Was baust du denn jetzt? Lol. Okay. Der Blowdort. Funktioniert mit Munition. Der was? Der Blowdort. Hier, Blaswort. Ja, ja. Ich hab das richtig gestellt. Ja. Alles klar, Neil. Alles klar. Ja, schön. Da kann man mal herzhaft drüber lachen. Du brauchst für einen Schuss zweimal Schilf, einmal irgendwas und eine Feder. Wie bitte? Also. Ja, voll. So, ich ess jetzt eine Runde. Haha. Isst du jetzt ein bisschen dein Joghurt? Mhm. So. Ich geh jetzt gleich die Katze töten, wenn ich die weiter hier beobachten muss. Außerdem sind die gar nicht mal so leicht zu töten. Probier's jetzt. Ich brauch Steine. Ich brauch Steine. Wieso liegt hier kein verdammter Stein rum? Okay. Das Blasrohr war nicht sonderlich effektiv. Ah! 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 Ich kann dich noch kümmern! Ah! Noch kümmern! Also nochmal neu! Okay, dann machen wir nochmal neu! Ja! Allerdings dieses Mal, gehen wir nochmal alles unsere Einstellung in den OBS durch, dass du mit aufnehmen kannst! Oder Anna-Maria nimmt noch mit auf! Mit ihrem Rechner geht das erst recht nicht! Glaube ich auch nicht! Der ist, der ist da nicht gut, der ist, glaube ich, schon da überfordert! Ich weiß auch nämlich, wo wir noch gucken müssen! In OBS! Etwas, was die Performance deutlich stärkern sollte! Na, das klingt doch gut! Die Platte Шitanie und erkan hakk Wirklich die geworden sind dell, ich habe immer22 Ein shirts Wirklich ein